Zuletzt aktualisiert 21.32 Uhr mit Dortmund, Leverkusen, Gladbach, Hoffenheim und Freiburg sollen gleich 5 Bundesliga-Klubs an Jen Stürmer Jonathan David interessiert sein. Jen Stürmer Jonathan David steht in der Bundesliga angeblich hoch im Kurs. Mit Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg sind laut Földbeunews gleich 5 Klubs am Kanadier interessiert. Er lebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Ein Wechsel scheint aber frühestens im Sommer realistisch, da der 19-Jährige in Belgien noch noch einen Vertrag bis 2022 besitzt und zuletzt zum Stammpersonal von Trainer Jazz Toruk zählte. In der aktuellen Saison bringt es der Mittelstürmer, der auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, in 22 Pflichtspielen auf 7 Tore und eine Vorlage für Jen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017